Hallo Leute, ich grüße euch. Mein Name ist Kontakto von Lost Place Techno. Ich bin heute auf der Suche nach einem weiteren Lost Place für das Projekt Lost Place Techno. Und wenn ihr Bock habt, bleibt einfach dran und folgt mir. Ja, so, hier ist der erste Raum. Mal gucken, was uns hier erwartet. Also nichts Wildes. Aber hier, wenn ihr das sehen könnt, das sieht schon richtig geil aus. Mal sehen, was mich hier oben erwartet. Wow. Einfach nur geil. Wir kommen mit in France. élé construction auf 100 km. Schade geht auf die Welt. Und gleich Easteruar für ahnen völlig schon gut selbst. Was so cool ist? Viel Hö Θ und собой auch diese kleinen Bedeutung machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier geht die Treppen hoch, da gehen wir gleich entlang Hier geht die Treppen runter, da gehen wir auch gleich entlang Hier geht die Treppen hoch, da gehen wir auch gleich entlang Hier geht die Treppen hoch, da gehen wir auch gleich entlang Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, auf jeden Fall mega geil. Hier ist alles offen. Die Decke bestimmt schon mal reingestürzt. Wie fett das hier ist. Hier geht es auch noch hoch. Also hier geht es überall noch hoch, Leute. Das ist der Wahnsinn hier. Hier geht es wieder runter. Wahnsinn. Einfach der Wahnsinn. Einfach der Wahnsinn. Ja, Leute. Auf jeden Fall ein fetterlosen Platz hier. Mal gucken, wo es hier noch weiter geht. Hier geht es noch rauf und runter. Hier geht es wieder runter. Hier geht es wieder schön nach draußen. So, da stehen wir auf dem Dach. Ja, also geht es jetzt wieder runter. Ich will das hier alles Stück für Stück sehen. Jetzt gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. So, hier geht es runter. Aber hier geht es zum Beispiel hoch. Und hier oben ist auch zugemauert. Da kann man einfach raus gucken. Dann war es das. Und da ist jetzt runter. Dann machen wir jetzt mit dem Dach. Aber hier ist auch zu Ende, dann geht es jetzt weiter runter, mal gucken was uns hier unten erwartet, jetzt stehen wir hier unten drin, so hier Das sind irgendwelche Stallungen, so sah es zumindest mal aus So Leute, ich hoffe ich blende euch nicht mit der Kopflame allzu sehr, aber Das ist ja schon ein fettes Teil hier, da bin ich mal gespannt, wenn der Sebastian das Video zu sich bekommt Und was er dazu sagt, ob wir dann hier eine neue Folge von Lost Place Techno machen oder ich weitersuche Aber im Groben und Ganzen finde ich es eigentlich relativ geil hier Ja, dann schauen wir doch einfach mal Die Außenansicht hier wunderschön, wunderschön Ja, manche werden es jetzt erkennen wo ich bin von außen Aber auch hier, wie gesagt, eine wunderschöne Lost Place Und ja, hier geht es noch rein Und dann nehme ich euch einfach mit, was uns hier erwartet Weil ich suche halt noch die Katakomben Und keine Ahnung, ob es die hier gibt Nee, hier ist nur ein kleiner Raum Mehr ist das leider nicht Schade Ja Drin habe ich jetzt auch nichts nach unten weiter gesehen Was auch relativ schade ist Ja, liebe Leute Es war jetzt mein erstes Video auf der Suche nach Lost Place Techno Wo wir dann ein schönes Set spielen können Seid mir nicht böse, wenn zwei, drei kleine Wackler drin sind Fehler drin sind Ich bin noch ganz neu in der Materie Und ich hoffe, verzeiht mir da Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat Lasst ein Abo da Gebt mir ein Like Und ja, ich freue mich auf den Support von euch Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal Peace